Folge mir Wulfi, auf in den Tod. Das ist so schön. Wo geht es denn hier lang? Ah, hier ein Baum. Fall nicht runter, Wulfi. Ja, ich versuche es. Ich konzentriere mich. Hier wäre der... Hier wäre dieser komische Weg. Oh, was war das? Achso. Ein Buh. Wo ist denn das? So. Hier war es noch ein Gegner. Oh, ich halte mal. So. Bogenschütze. Schau, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Ist er nicht? Wo ist er denn? Da. Da steht er blöd. Ich mache da keinen Nahkampf auf der Brücke. Brückenkampf, Brücke hin und her. Jetzt habe ich meinen Ulti an und die kann ich nicht sinnvoll benutzen. Jetzt hat er sich selber. Aua. Was hat er sich? Was hat er sich? Er hat sich selber abgeschossen. Zum Sale. Ah, da. Oh, hin. Warum lacht er denn da so doof? Erstmal die ganze Munition einsammeln. Den Dude hatte er aber nicht getroppt, ne? Ich habe was aufgesammelt, aber es war nichts Besonderes. So, jetzt haben wir hier. Drei ab zwei. Bleib da, du Reh. Ich wollte es erschießen, aber es hat nicht stillgehalten. Meine Reichweite erreiche ich nicht. Bleib doch. Hier sind nur welche Viecher. Okay, das war es hier. Hier geht es auch irgendwie komischerweise noch lang. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wo... Das ist alles nur... Das führt alles im Kreis. Warte mal, wir hatten doch irgendeinen Punkt gekriegt, ne? Ja. Ich sehe mein Kreuz. Auf der Karte. Du meinst, da wo du runtergefallen bist? Ja. Das ist richtig beschämend. Ah ja. Haha, ich habe es erwischt. Das Reh? Ja. Das arme Ding. Aha. Wupp. Moin. Moin. Wo ist das? Okay, da waren aber viele. Ach! Wo ist das hin? Nein! Lass mich los! Oh, ich habe ihn abgeschossen auch. Ist so, sind da so viele... Ah, keine Ahnung. Oh, da ist ein Hund. Erstmal die Viecherplatte machen, dann können wir ihn bei uns nennen. Zu tot, nein. Oh, ich bin down. Und der Hund nicht? Ach so, der Hund kann dich gar nicht holen. Hahaha. Ach so. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Danke. Dafür mache ich eine Heilung, so. Sehr gut. Warte, man. Ach so, das war jetzt umsonst. Da war eine Menge Viehzeug, kann man sagen. Ja. Kuckuck. Lagt da hinten was Lilanes? Da ist was Lilanes, Wolfi. Da ist was Lilanes. Wir müssen das Lilane holen. Äh, ist die Frage, wie kommen wir hin? Hier... Licht. Ich hör was. Ach so, das sind meine Eltern. Das sind deine Rollmöpse. Die du hörst. Vorsicht, ab Grund, Wolfi. Ja. Jawoll. Ich schau da noch... Oh, da ist was. Oh. Das war... Was hast du... Ein Sprengfass. Hahaha. Hast du dich umgebracht? Ja, ich hab da noch Loot gesehen und dann hab ich mich noch selber in die Luft gejagt. Ach so, aber du lebst noch. Ja. Ja. So, warte mal. Da ist ein... Hübsches Item. Es ist das Herz des Wolfes. Uh. Das ist eigentlich was wirklich... Das müsstest du tragen, ja. Nee, aber... Erhöht die maximale Ausdauer und 25. Naja. Uh. Naja. Ist aber interessant. So. Das Herz des Wolfis. Ja. Ich muss sagen, ich mag den Wald. Ja, sehr schön. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Ich glaube, ich hab auf das Leuchten der Links da geschlagen. Und das ist explodiert. So, warte mal. Jetzt haben wir hier rechts eine Abzweigung und... Oh, da ist ein... Ah! Ein Boss, Wolfi. Hahaha. Gibt's da keinen... Ah, doch. Da ist was. Checkpoint. Hast du ihn? Ja. Was ist denn das ein Tor? Seh ich gar nicht. Das... Das ist ein Boss-Tor. Checkpoint seh ich nur. Boss-Tore sind immer grau. Ja. So, wollen wir ihn uns angucken? Ja, das könnte der... Boss-Gegner sein, oder? Ja, das könnte der... Boss-Gegner sein, oder? Ja. Hm... Keine Ahnung. Ich weiß nicht welcher es ist. Erstmal hinsetzen und ausruhen. Ja. War ja anstrengend. Schau. Dann mal... Äh... Rein in die Stube. Meine Leutchen muss ich erst rufen. Na schau. Das ist die Frage, ob du die hier gebrauchen kannst bei dem Boss. Ja. Oh. Oh, das kenne ich nicht. Ein Bogenschütze! Wer ist denn das? Unangenehmer Zeitgenöse. Okay, noch ist er. Ah. Ja. Hat der auch irgendwas? Oder kommt das noch? Oh, der hat mich getötet. Ulti? Okay, ich werde mir den Hut nehmen, oder? Ja. Der haut aber ordentlich rein. Ja, warte. Ich bin gleich wieder da. Das Problem ist... Die kommen nicht an dich ran. Aber meine... Begleiter... ...hauen hin. Okay. Ich versuch's nochmal. Ja, der schießt auf dich. Kannst gar nichts. Es ist jetzt quit. Der ist ganz extrem. Ah, da hinten sind... Ich komme wohl... Ne, ich bin hin, aber ich schaue der über den Rück. Komm schon! Oh, ist der... Ja... Boah, da läuft. Besser. Ich finde ihn jetzt nicht so schlimm. Man muss halt nur ein bisschen Schaden machen. Ich habe jetzt natürlich wieder die Grenze. Ja... Also... Hm... Also hinterm Baum verstecken. Ja... Also du musst Schaden machen und ich... Denk ihn ab, oder so. Ja. Aber du kannst natürlich deinen Hund wiederholen, weil ich weiß nicht... Ja, oder... Oder du lässt die... Ja, die greifen ihn halt dann an, wenn er am Boden ist. Ja... Ich glaube nicht wirklich, dass die gut sind da jetzt, aber... Kann man ja versuchen mal. Na dann komm. Boah... Wo ist er da? Wo ist er da? Wunscherzer! 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 Wunscher! Wunscher! Vorsicht der Schies mit dieser Kretze. Ich glaube ich... Wie weist die Kretzer nicht... Oh jetzt haut das nicht. Wunscher! 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 Da oben! Wunscher! Da oben! Schieß, Volki, schieß. Wo ist er hin? Okay, ich geh mal in Deckung. Ja, geh mal. Gibt's ja drin. Ah, da. Phantom der Saar halt. Wow, da. Wow, jetzt geht er. Auf mich. Gute hin. Ah, Mann. Der ist wieder für einen Nahkämpfer, ist er wieder extrem blöd geeignet. Ja. Ich könnte ja probieren, was passiert, wenn ich ganz nahe Termin gehe. So. Was ist denn jetzt? Ich weiß nicht, irgendwas passiert hier, am besten nicht in die Kretze rein. Äh, was ist das? Okay, man kann die Dinger zerschießen. Sollte man vielleicht auch. Achso, dann benutze ich. Das ist wohl dann die Pause-Phase. Ja, hat man so als Pause betrachtet. Habe ich ihn getroffen, keine Ahnung. Es ist gut jetzt hier. Wo ist er? Seh ihn nicht. Der ist da oben. Also da, wo ich jetzt hinlaufe. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ah, ich kann diese Dinger zerstören. Ja, ja. Kann die... Wo ist denn er jetzt? Seh ihn nicht. Ja. Bleib doch mal hier, du Uschi. Wo muss ich denn was treffen würde? Ah, da oben ist er. Okay. Er ist durchaus machbar. Da ist er wieder. Ah, da ist er. Da heilt du dich, ne. Na, helf man. Oh nein, ich bin am Boden. Hinter dir. Echt? Hinter dir. Oh. Oh. Ach, du auch. Hä? Wie ist denn das gegangen? Naja, der teleportiert sich runter und dann haut er zu. Ja, aber ich habe gar nicht gesehen, dass er zugehauen hätte. Naja, weil er sich halt hinter dich teleportiert hat. Ja, sonst mach ich echt den Hunde, aber obwohl die... diese Läufer sind ja auch nicht so schlecht. Bogen schätzen! Okay, wo ist er? Oh, ist er weg, ja. Nein, das war nicht so gut. Bogen schätzen! Bogen schätzen! Bogen schätzen! Bogen schätzen! Wo ist er? Achtung! Mensch, der haut mich halt so fast um. Ich bin hinüber. Ich versuche zu... Ich versuche zu dir zu kommen. Aber das klappt nicht. Also der Hund wäre vielleicht nicht... Ja. So. So, drück gleich die. Okay, der ist weg. Wo ist denn der Boss? Da oben, pass auf. Ah, jetzt war der Kimmich hinterher. Nein, nein, nicht nochmal. Oh, und schon wieder tot. Okay, danke dir. Achtung, der Boss ist wieder da. Ich benutze mein Heilungsding. Angelt, hab ich ja nicht. Ohohoho, da ist er wieder. Ah, da oben. Wo ist er, wo ist er? Okay. Diese Viecher. Ah, das war gar nicht mal blöd. Moment, ich muss nachwarten. Nein. Oh, da ist er. Schieß, Wolfi. Meine Viecher gehen auf ihn. Juhu. Vorsicht. Wo ist er hin? Oh. Ah, die Dinger kommen wieder. Achtung. Ich verhau die alle. Oh, meine Vergläter gehen auch drauf. Oh, da ist es meine Sicht. Habe ich ihn? Ja, ich glaube. Nein, ich bin schon wieder down. Verdammt. Vorsicht, pass auf, Wolfi. Ah, okay. Also, ich habe da überhaupt keine Chance, wenn er mich prüft. Okay. Doch lieber den Hund. Ja, ich glaube. Dann muss ich die ja jedes Mal beschwören. Ja. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie sonderlich viel machen. Außer... Ja, da müsste ich schon die... den höheren Level haben, damit das was bringt. Äh, Helfer. Dann müsste ich den Helfer... zur Haupt... Ding machen. So. Dann das Heil-Ding nehme ich und den da, da. So. Ich glaube, ich habe... Ah, warte, die Waffe noch ändern. Ja. Äh. Wie ist die denn? Weil die bringt auch nicht so viel. Die da da mit... Verlangsamen. Ich glaube, das könnte sein dann. Also nochmal hin und dann... Achso. Müssen wir uns wieder hinsechsen. Aber dann mache ich nämlich jetzt das in... Das ist der Fahrer. Ja. Dass der vielleicht... Falls ich ihn treffe, überhaupt. Und die nehmen. So. Attacke! Wo ist er hin? Ach, der ist wieder da oben. Okay, startet er den Hund. Okay. Vorsicht. Ja. Meine... Fähigkeit gilt auch für los. Äh, jetzt kommen die Dinger. Achso. Äh, das macht's. Ich werde zweimal daneben. Achso. Hau. Hau. Holla, die Wälder ist geces. Es war knapp. Ouh, sah. Au. Das geht doch nicht. Vorsicht. Vorsicht. Er kommt. Oder... Oder die Dinger kommen. die Dinger kommen. Okay. Okay, ist wieder da. Okay, jetzt kommt er runter. Achtung. Oh, holte ich der Hund. Der Hund ist noch am Leben und rettet mich, aber... Drücke ich den C. Wo ist er denn? Äh, die Dinger kommen wieder. Achso. Die kommen aber doch nicht. Ja, ich hab's ja alle abgefangen. So ein Arschgege. Nein, der hat mich in einem Schlag niedergemetzelt. Hatte ich nicht. Doch, jetzt. Ach doch. Ich hab die... Achso, dann kommen die raus. Okay, gut. Gut für mich, Horst. Ich hab's nicht schon. Vorsicht. Was der jetzt hat, weiß ich nicht so genau. Da oben. Hau. Ja, ja, mach mal. Keine Ahnung, jetzt kommen erst mal die Viecher raus. Na, jawohl, der Hund hat den und da hinten sind auch... Da oben. Vorsicht. Hab ich hier... Ne, ich hab hier doch nicht. Oh. Okay, wenigstens kann mich der Hund wieder beleben. Jetzt kann er uns eigentlich nichts mehr haben. Das war's. Juhu. Hui. Ich zählenspritzspielter. Der war aber auch nur optional, ne? Ja, also müssten wir vielleicht ne Waffe oder irgendwas haben durch den. Gleich wieder den Charakter ändern. Schau. Ja, das war cool. Schau. Haben wir nicht hier gemacht, würde ich sagen. Ja. So, Arkanschlag. Aha. 1000, sehr cool. Komm mal, dem Fan. Rost gleich am Anfang niedergemetzelt. Ach, das kann man gar nicht zerschießen, da hinten. Guck mal kurz, was... Ach so, hier geht's raus. Das ist in der Kiste. Ja, mach die ruhig auf. Ein Wiederbelebungsrat, das ist ja toll. Haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Juhu, ja, jetzt in die Stadt vielleicht zurück, wenn's gehen würde. Ich hab auch tonnenweise... Oh, da ist ja Rufzeichen. Ich hab auch tonnenweise Zeugs. Ja. Supergut. Ring, das ist ja... Definitiv durch, ne? Also, sonst wären wir jetzt hier nicht weitergekommen. Oh, das ist der Baum. Das ist ein Gegner. Der Baum ist ein Gegner? Ja, ich ändere nur... Aber zu dem Baum wollen wir doch gar nicht erst mal, oder? Wir wollen ja erst mal... Da ist auf jeden Fall... Da ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Da können wir erst mal in die Stadt gehen. Ah, okay. Warte, da muss ich vorbei. Wo ist er denn? Wo ist der Leggy? Hier. Ich hab auch schon... Ich hab auch witzigerweise schon ne... ne Gesundheitsball. Oh, ich hab mich verlaufen. Na, komm einfach zu mir. Ist du doch beim Baum vorbei, oder? Ich bin an dem Baum vorbei, ihr Land. Okay. Dann ist er also nur... Aggro, wenn man ihn anschlägt. Ja. Ich hab auch die... Tunlichst... Wobei, er sieht jetzt aus... Oh, jetzt hab ich den Hard Nexus aktiviert. Ich krapsche mal hier an. Geht nicht. Wir sind im Kampf. Mit was sind wir denn im Kampf? Mit dem Baum. Machen wir jetzt den Baum erst, oder was? Ja, falls wir nicht daran sterben... Gibt es da was zu beachten? Einfach auf den Baum hauen und dann kommen immer Gegner. Aha. So, bam, so. Dann komm mal her, hier zu mir. Total einfach. Oder auch nicht. Au. Au. Auf dem. Nee, nee. Ist gut. Hier sind nur welche Bomben. Ja. Ich geh mal an den Baum ran. Das scheint ja so das Richtige für einen Fernkämpfer zu sein. Ah, Tacke. Jetzt hatte ich die Krätze, na super. So, ich hau an den Baum. Du machst die Ads. Ist alles klar? Ich hau auf den Baum. Okay, jetzt muss ich wieder da. Fettstopp. Juhu. Ah, hier ist irgendwo ein Bogenschütze. Oh, den seh ich nicht. Jetzt bin ich tot. Interessant. Wenn du könntest mich wiederbeleben. Ich hoffe, ich explodiere da hinten nicht gleich. Ja. Boah. Er hat mich erschossen. Was, der Baum? Nee, da Bogenschütze. Naja, die gute Sache ist, jetzt können wir aber zurück zur Stadt. Ja, wahrscheinlich. Aber der war jetzt scheinbar nicht so gefährlich. Nein. Wenn wir den in so einem halbherzigen Versuch schon auf die Hälfte runtergeprügelt haben. Ja, genau. Man muss sich halt auch ein bisschen bewegen, damit man nicht getroffen wird. Von diesen Rollenden und von diesen Bogenschützen und so. Also, ich würde gerne am Baum stehen bleiben, wenn du dich um den Rest kümmern kannst. Weil ich mache halt im Nahkampf den meisten irrsinnigen Schaden. So, jetzt haben wir so viele Sachen neu. Mal gucken, was sie hier im Angebot hat. So, wir haben im Angebot die Erschütterung. Wellnesspfeil. 75 Schaden oder mal im Umkreis von... Ja, das klingt jetzt nicht so toll. Seelenbinder. Feuert ein Projektil. Ach so, das hatten wir schon. Fäulnispfeil. Für weitere. Oh, cool. Ja, das kann ich für nicht tun. Oh. Ja. Geht so, gell? Ja. Da muss ich sagen... ...grade ich lieber... ...meine anderen Sachen ab. Was meinst du? Ja, ich grade gerade mein einschüssiges Ding... ...nach oben. Aufwärtig. Oh je. Gehärtetes Eisen ist aus. Haha. Eigentlich würde ich ja gerne mein... ...mein Schild aufwerten. Wie kann Duell dieses Pax-Sulteck im Kampf unterschieden? So. Nur das allerbeste. Was haben wir denn hier? Batterie. Waffenfürst. Wow. Aha. Töter. Okay, muss das da daneben? Weil da hab ich irgendwas mit Lebensraub gesehen. Schildbrecher kann ich nicht aufwerten. Brauche ich drei verdorbene Kristalle. Das ist ja natürlich derbe. Alle Wege führen zu Duell. Also bei mir hat die Cass, also das Mädel da... ...mit irgendwelche Ringe, die ganz gut waren. Ich weiß nicht, was bei dir dann ist. Wow. Sag mal, diese Dinger in dem Relikt kann man nicht upgraden, ne? Ich hab den Eindruck, dass die so leveln. Diese Splitter. Achso. Ja, wenn man einen Splitter findet, dann levelt der. Okay. Wenn man den gleich nochmal hat. So ungefähr kommt mir vor. So ungefähr, was ich da jetzt. So, er zeigt die Waffe auf 15. Du weißt, wo du mich findest. Was ist das für meine Jungs? Das sind meine Jungs. Was sind denn? Meine Jungs machen das. So, wir machen nochmal kurz einen Check hier. Was ich mit dem aufgeladenen Angriff mache. 2.800. Naja, wenn er krittet, sagen wir mal so. So, wollen wir den Baum mal probieren? Ja, ich mach halt fast keine Schaden, dafür ist ganz viel Schaden. Ja. Na komm, gehen wir mal zum Baum. Also, ich würd gerne am Baum stehen bleiben und da ordentlich Nahkampfschaden machen. Ja. Schau mal mal, wie das klappt. Ich weiß aber nicht, ob du alleine mit den Ads klarkommst. Ja. Kann man ja mal gucken. Oh, ich bin abgegangen. Warte, ich muss... Achso, nee, GD. Dachte, weil ich jetzt losgelassen hab.